Geschehnisse Geschehnisse transportiert durch den Schall, absorbiert durch die Ohren, weitergeleitet und vom Trommelfell verstärkt über winzige Knochen zum Innenohr. Dort wirken die spannungsgeladenen Schallwellen wie ein Elektroschock, der die Härchen in Schwingungen versetzt. Gierig reißt der Hörnerv die Botschaft an sich und übermittelt sie ans Gehirn. Aus der Schallwelle entsteht eine Information. Kapillaren im Körper verengen sich und das Herz schlägt schneller. Furcht breitet sich unaufhaltsam aus, die die Haare auf der Haut aufrichtet. Die Angst hat das Bewusstsein mit ihrem gierigen Griff fest umschlossen. Wir können unsere Augen schließen, um die Angst auszublenden. Aber wir können uns nicht vor dem Gehörten verstecken.